Wir sind vom Projekt IMAIL, unser Stück heißt ESCAPE und am 11. Juli führen wir unser Stück zum ersten Mal auf, da ist die Premiere und da müsst ihr unbedingt kommen. Dann könnt ihr uns so sehen. Oh ja. Aber was ist bloß nicht sonst? ESCAPE, 1. Juli in München. Die Premiere. Reinschauen, aufs Checken und herkommen. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? ESCAPE Easy Schmizy